Es ist Zeit für warme Bauchgefühle und für das große Happy End. Es erfüllen tausend Wünsche, ihr Weihnachtsmann und seine Crew. Hey, wir sind uns alle einig, Weihnachten ist super gut. So wie du bist, so wie du bist, so und nicht anders sollst du sein. So wie du bist, so wie du bist, so bist du für uns der Sonnenschein. Ich grüße euch alle in der Realschule Nord ganz herzlich. Und wenn ihr schon in Adventstimmung seid oder sogar in Weihnachtsstimmung, dann singt doch einfach mit. Macht euch bereit, macht euch bereit. Jetzt kommt die Zeit, auf die ihr euch freut. Bald schon ist Weihnacht, fröhliche Weihnacht. Macht euch bereit, macht euch bereit. Ich weiß ja nicht, wie ihr euch bereit macht, aber vielleicht. In der Weihnachtsbäckerei, da gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knirch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Tja, wie macht ihr euch bereit? Vielleicht übt ihr ja etwas. Eine kleine Aufführung, in der ihr singt und spielt. Vielleicht bastelt ihr Geschenke. Was immer ihr macht, ihr sollt euch dabei wohlfühlen. Jeder soll machen, was er am besten kann. Und vor allem in einer guten Gemeinschaft. In diesem Sinne euch allen frohe Weihnachten. Euer Rolf Zukowski.